Montag und Dienstag Montag und Dienstag Montag und Dienstag Montag und Dienstag ganz klein und seht, da war heut wieder so ne Hens. Aber dann könnte es sonder, und da bleibt jeder heim. Der Wecker bleibt stumm und keiner fragt ihn, warum läuft die Sache nicht so oder so. Aber dann könnte es sonder, und da bleibt jeder heim. Der Kaffee ist warm, und er hält sie im Arm, und dann ist er wieder richtig froh. Morgen zum 8, da mäht das Kaufhaus auf, ab dann steht sie hinter den Thek. Sie kümmt sich manchmal für, wie beim Hindernislauf, sie tut dann, was der Kunde möcht. Mittags um 12, da kann sie nicht mehr stunden, denn die Füße werden langsam schwer. Und doch hält sie durch, doch am Feierabend kann sie nicht mehr. Aber dann könnte es sonder, und da bleibt jeder heim. Der Wecker bleibt stumm und keiner fragt sie, warum läuft die Sache nicht so oder so. Aber dann könnte es sonder, und da bleibt sie daheim. Der Wecker bleibt stumm und keiner fragt sie, warum läuft die Sache nicht so oder so. Aber dann könnte es sonder, und da bleibt sie daheim. Der Kaffee ist warm, und er hält sie im Arm, und dann ist sie wieder richtig froh. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.